ja und herzlich willkommen zu einer neuen demo hier wieder mal auf meinem kanal im moment ist gerade das steam next fest und von daher gibt es da viele demos zum ausprobieren und ich habe mir da ein paar angeschaut und rausgesucht und heute fangen wir mal an mit caesar's revenge einem fps retro shooter könnte man sagen aber ist gar kein shooter wir schauen uns mal an how to play teaser was betrayed and assassinated by the senate fight through the level find the senator and exit revenge killing enemies fills bloodlust meter while in bloodlust damage is increased attack attacks restore hp the slums of rome dirty ja wir schauen einfach mal mit den straßen the slums of rome dirty decrepit thieves and brigands lurk these streets where life is a cheap commodity amongst squalor a greater filth persists a greedy senator resides behind the walls of his villa his ill-gotten affluence touting his corruption a corruption that can be subdued only by death okay let's go okay ich sehe schon also ziemlich schnell ist das schlau ziel listen um zu bringen keine ahnung ich meine das bütet unser bloodlust level ich wollte vorhin sagen das hat ein bisschen was von doom ich bin zurzeit gerade doom am aufnehmen ganz alter doom und äh das verlingert mich hier gerade sehr daran what the fuck okay jetzt haben wir bloodlust aber warum müssen die lang ich bin ich bin ich bin Vielleicht wird er zurück. So weird. Aber hat er irgendwie was. Die Musik passt gar nicht in dieses Zeitalter, aber es ist ziemlich geil. Ich habe gar nicht gelesen, was da stand. Das ist ein bisschen mies, eigentlich alle Leute hier abzuschlachten. Okay. Haben wir eigentlich die Unbeschwerden noch? Okay, haben wir. The gate is locked by a Mechanism. Okay, das Gate. Oh shit, ich bin dead. If a level approves too difficult, search for secrets to gain an advantage. Alles von vorne. Endshaft. Und dann können wir die Bohren wieder mitnehmen. Und vielleicht öfter mal den Bogen benutzen. Ich glaube, ich glaube, der ist ziemlich stark eigentlich. Und das Ganze eben auf Shit, auf die Stunts zu bewahren. Okay, das hätte ich auch machen können. Okay, dann wählen wir den Schlüssel. Okay, dann gehen wir den Schlüssel zurück zur Tür. Okay, dann gehen wir die Secrets. Bloodlust ist crazy. Das ist mal so schnell unterwegs, dass ich da gar nicht hinterherkomme. Okay, dann gehen wir den Schlüssel. Okay, dann gehen wir den Schlüssel. Okay, dann gehen wir den Schlüssel wieder für die Tür. Okay, dann gehen wir den Schlüssel. Okay, dann gehen wir den Schlüssel. Also, jetzt gehen wir den Schlüssel wieder und machen wir den Schlüssel. Okay, dann gehen wir den Schlüssel. Gut, dann gehen wir den Schlüssel. Wie ist es denn? 25 Teile. Level kommt... ...deleeds. Leads? What? 0 von 5 Secrets. Und 56 Kills. Aber, wieso muss ich jetzt die anderen nicht umbringen? Na ja, vielleicht ist es ja von der Demo geschuldet. Ähm, ja, mal schauen. Library. A senator cowers in an ancient library. Ancient tomes and dusty scrolls tell tales of myth and men. Historians flirt with emperors and gods. The civil and scientific scribed for the ages. Let the ink on this parchment tell only the truth. All doubt has been vanquished. Caesar walks. He is back. He is back. Okay. Ah. He is a bit fies. He is like this. He is like this at Doom. He is actually like this. Like this through Doom. Oh shit! Die sind fallen! Und das bitte ne Haken? Ehh, der Dory Krause Kee... Okay, das ist viel zu langsam. Das geht jetzt lot by Mechanism. Ich bin einfach fast tot. Auf jedem Mechanismus. Ja, nice. Hä? Woher kommst du denn bitte? Na gleich. Aber ich muss ehrlich gesagt, diese Shooter aber auch ein bisschen... Also ja, das ist jetzt nicht unbedingt die Shooter hier. Ein bisschen zu schnell vom Bewegungsstil her. Da komm ich manchmal gar nicht hin. Irgendwie. Da wollte ich gar noch mit hinein. Junge, Junge. Look by Mechanism. Okay. Kannst du bitte sterben? Danke. Oh shit! Bitte.